Rudelkauf im Internet. So könnte man einen neuen Trend bezeichnen, der aus den USA zu uns rübergeschwappt ist. Auf sogenannten Group-Shopping-Webseiten gibt es Rabattgutscheine und zwar für Lifestyle-Angebote aus der eigenen Stadt. Der Deal kommt aber erst dann zustande, wenn das Produkt oft genug gekauft wird. Einfach die Stadt anklicken, in der man wohnt und hoffen, dass genug Käufer bei dem Angebot zuschlagen. Die Rabattaktion der Kölner Rheinterrassen hat über 300 Abnehmer gefunden, also findet der Deal statt. Gebackener Ziegenkäse und Karotten-Ingwersuppe, Kaninchen, Riesengarnelen und dreierlei Creme Brulee zum Nachtisch. Dieses Menü hat uns jetzt 30 Euro gekostet, also nur halb so viel wie ohne den Rabattgutschein. Ein echtes Schnäppchen für Feinschmeck, aber auch für die, die nicht auf Scampis stehen, lohnt sich so ein Blick auf die Shoppingseiten, denn die Angebote kommen nicht nur von der Gastronomie. Lifestyle ist das Schlagwort. Wellness-Angebote, Kinogutscheine oder günstige Mietautos, Rabatte bis zu 80%. Neben City Deal und Daily Deal bieten auch coole Deals und Redouti Gruppenpreise an. Die lokalen Angebote sind bei den Usern besonders beliebt. So hat sich Branchenführer City Deal schon in über 60 Städten niedergelassen, um neue Anbieter zu werben. Mittlerweile kommen die Partner auf uns zu. Es sind schon über 3000 in ganz Deutschland. Die Nutzerzahl hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben mittlerweile jeden Tag über eine halbe Million Nutzer und haben in den letzten vier Monaten unseren Kunden über 10 Millionen Euro schon gespart. Schon bald soll man die Gruppenrabatte auch mobil kaufen können. Unter rtl2news.de gibt es die Webseiten, auf denen man aktuell die besten Städte-Deals bekommt. Neunmal Gold und...